Das ist natürlich, das sind CC Momente und CC Box Momente, da wartet man so ein bisschen drauf. Hallo meine Lieben und ganz herzlich willkommen zurück oder neu auf meinem Kanal. Für diejenigen unter euch, die mich nicht kennen, hi, mein Name ist Katrin und ich habe die CC Beauty Box in meinem Boxen Abo. Sie kommt monatlich bei mir ins Haus geschneit und ich bin jedes Mal wieder mega, mega gespannt, was CC uns da eingepackt hat. Und Leute, ich musste so ein bisschen warten, bis ich das mit euch zusammen filmen kann, denn ich konnte schlecht nachts filmen, sonst hier nebendran ist nämlich mein Schlafzimmer und da schläft Schatzi nachts und der hätte mir was erzählt, wenn ich mitten in der Nacht mit euch hier gequasselt hätte. Deswegen ein Tag Verzögerung und Leute, es ist mir so schwer gefallen, dann nicht schon vorab reinzustöbern. Sieht man an diesem kleinen, kleinen Loch, da habe ich nämlich schon angefangen zu pitzeln und war wirklich so, oh, soll ich jetzt reingucken oder nicht? Ich habe mich zusammengerissen, ich weiß es nicht. Die CC Beauty Box, vielleicht noch ein paar Infos, bekommt ihr für 40 US Dollar im monatlich jederzeit kündigbaren Abo. Das könnt ihr auch einfach mit Knopfdruck beenden. Unten ist auch ein Link, über den ihr gehen könnt. Ich glaube, auf die Boxen gibt es keine 10% mehr, aber ansonsten auf das Sortiment, wenn ihr da noch was nachkaufen möchtet und wenn ihr natürlich über den Link geht, dann freue ich mich, denn da kriege ich auch eine kleine Provision. Trotz, dass ihr keine Prozente kriegt. Fies eigentlich. Aber freue ich mich natürlich, wenn ihr die Box abonnieren möchtet, wenn ihr das über unten den Link macht. Ich labere, rababere hier mit euch rum. Die CC Beauty Box hat leider keine Box, sondern tatsächlich kommt das Ganze so einmal geliefert. Ich glaube, letzten Monat, ach, das war diese tolle Alice Box, da hatten wir tatsächlich eine kleine Verpackung drumherum. Diesmal wieder gewohnt in unseren Tüten und ich kaufe es, wie gesagt, kaum aus. Deswegen reiße ich hier einmal auf und wir haben, ich erkenne noch, oh, ich hoffe, das ist das, was ich denke. Da habe ich die ganze Zeit ein bisschen drauf hingefiebert. Einmal hier so diese Packungen und Leute, vielleicht auch noch, wenn euch die Box gefällt und ihr abonniert die jetzt quasi, dann bekommt ihr auch noch diese Box und ich stöber mal weiter und oh mein Gott, Leute, sie lohnt sich. Ich freue mich hier gerade schon, ich freue mich hier gerade, Wolf, denn ich sehe schon anhand dieses Packagings, ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt, welche Palette wir diesen Monat drin haben. Und das ist natürlich, das sind CC Momente und CC Box Momente. Da wartet man so ein bisschen drauf. Wir haben hier eine Palette drin. Ich meine, hier steht wieder Nix. Die 03 haben wir hier von diesen wunderschönen Glitzerpaletten. Die haben hier übrigens immer noch so einen kleinen Zipper mit G-Man kurz campen muss, wie es man euch dann diese wunderschönen Sachen zeigen kann. Ich zittere wie ein Weltmeister. Ich zerrupfe und da ist einmal die Palette. Und seht ihr das? Da glitzert es nämlich schon hier runter und ich hole die Palette euch einmal raus. Ja, wie heißen die nochmal? Ich komme gerade nicht drauf. Das sind nicht die Alice Paletten, aber ich werde bekloppt. Seht ihr dieses Glitzer? Hier einfach wieseln und fallen mit diesen kleinen Pferdchen. Hier wie so ein Karussell ist das gemacht mit einer Schleife. Wirklich, die Packagings sind immer der Hammer und oh mein Gott, ich liebe diese Farben. Ich bin ja Team Nude hier und hier fällt schon das Sleeve und alles. Aber ich zeige euch einmal diese wunderschönen Farben, die hier drin sind. Also natürlich wieder, wir sind hier neutral unterwegs, was ich persönlich immer feiere, weil ich das am meisten trage und sehr gerne mag. Schöne Rosatöne hier mit diesem Schleifchen und der Rose und so auch eingestanzt. Ich meine, das sind auch irgendwelche Alice Paletten. Nagelt mich nicht fest. Aber allein diese Palette lässt gerade mein Herzchen echt höher schlagen und ich weiß wieder, warum ich diese wundervolle Box wirklich in meinem Abo habe. Aber wir haben hier auch eigentlich fast nur Make-Up-Produkte drin und ist wirklich eine Box für Make-Up-Liebhaber, Make-Up-Sammler. Hier gleich, glaube ich, schon das Highlight, was ich euch vorwegnehme. Aber da habe ich mich gerade so gefreut, dass ich es einfach rausziehen musste. Dann ist aber in dieser wundervollen Verpackung noch etwas drin. Slim Hold Make-Up Eyeliner Pen. Ein von dieser Living Color Fully-Reihe, aber der ist so ein bisschen mehr rosa. Ich kenne diese Living Color Fully-Reihe eher in diesem Silber-Holo. Hier ist so ein bisschen rosa-Holo. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts, außer die Farbe Nummer 2. CC Slim Hold Make-Up Eyeliner Pen steht drauf. Ich zippere hier, also ich versuche es jedenfalls, wo ist denn hier der Anfang nochmal für euch auf? Oder auch nicht, weil ich es gerade nicht aufkriege. Ich denke ja mal, dass wir ein, ja entweder Liquid Eyeliner oder ein Kajalstift. Aber so, ich weiß es nicht. Von der Größe her, ob das ein normaler Eyeliner ist. Okay, ich habe jetzt alles abgezippelt, außer die Zipper irgendwie. Hier oben finde ich es sehr praktisch. Die haben immer so eine kleine Lasche. Da geht das Ganze ein bisschen easier. Und ich glaube ja, das ist ein Liquid Eyeliner. Der kommt einmal so daher, auch wieder so rosa. Und wie gesagt, da hatten wir auch schon welche drin, die dann in Silber waren. Ich muss mal gerade hier, ich greife mal hier in meiner Eyeliner-Kiste. Und so sah der nämlich aus. Also einmal so ist das andere Packaging. Da sieht man es vielleicht ein bisschen. Und hier ist einmal in rosa, in einem schwarz. Oh nein, das ist, oh Gott, ich feiere es. Ich feiere es. Ich liebe braunen Eyeliner. Und hier haben wir so einen schönen braunen Eyeliner. Ich finde die richtig toll. Die haben so eine kleine Kugel, damit die immer feucht bleiben. Und so kleine Pinselhaare, mit denen man aber so gut malen kann. Und dann in so einer schönen, traumhaft tollen Farbe. Ich habe den hier auch tatsächlich einmal, das wollte ich auch den mal, nämlich einmal in Pink drin gehabt. Auch eine sehr, sehr schöne Farbe, wie ich finde. Und wir hatten noch einen in einem helleren Braun. Hier jetzt ein wunderschönes, dunkles, espressofarbenes Braun. Freue ich mich. Der Kleine, hier gleich eingezogen. Wander zurück auf den Schminktisch. Und weiter geht es mit den nächsten drei Produkten. Also wir haben auch meistens fünf Produkte, fünf bis sechs Produkte mit drin. Und CC verspricht uns übrigens auch immer einen doppelten Wert. Ich glaube, allein mit dieser Palette fahren wir jetzt natürlich wieder richtig gut. Was habe ich denn hier rausgezoppelt? Ein Multi-Effekt-Make-Up-Primer, auch aus der Living Colorful-Reihe. Aber der sieht einmal so aus. Ist so schwarz mit Gold unten. Natürlich, CC steht einmal drauf. Da gibt es anscheinend, oh, okay, auch verschiedene Farben. Ich habe hier die 02 und habe, also A02, tatsächlich draufstehen, dass es ein Grünton sein wird. Das ist natürlich auch cool zum Farbkorrigieren. Auch wenn man so Rötungen im Gesicht hat, ist sowas immer klasse. Ich muss gerade echt ein bisschen lachen. Also diese Zipper sind heute echt hardcore mit mir. Geht gar nicht mal so einfach. Und wir schauen uns mal an. Ach, cool. Ja, das sind einmal diese Tuben hier. Richtig cool. Wird, wie gesagt, dann in einer grünlichen Farbe sein. Ich bin heute echt auf Testmodus, oder? Ich mache hier gerade einfach mal alles auf. Tatsächlich in so einer grünen Farbe. Ich mag diese Primer von CC echt gerne. Und ich meine, genau das war der, den wir auch schon mal drin haben. Der ist fast leer und den mag ich auch unheimlich gerne. Der ist nämlich mit einem lila Unterton gegen fahle Haut. Und jetzt haben wir hier einmal grün gegen Rötung. Ich hoffe, man kann es ein wenig erkennen hier. Mag diese Konsistenz. Der spendet schön Feuchtigkeit. Der macht ein schönes, ebenmäßiges Hautbild. Und freue mich hier auf jeden Fall auch. Ich kann es so ein bisschen gebrauchen. Weil ich so leicht hier Rötungen alles habe. Einmal auf den grünen und hier noch ein bisschen Nachschub zu haben. Auch diese Eyeliner kann ich euch auch gerade mal zeigen. Weil die sind auch richtig, ne? Man sieht das. Man kriegt die gar nicht verwischt oder so. Die kriechen auch nicht so in diese Fältchen oder so. Manchmal hat man das ja auch, dass diese Eyeliner ein bisschen verlaufen. Das ist bei diesem nicht der Fall. Und dann habe ich hier noch zwei Produkte. Das eine lasse ich mal zum Schluss. Weil, wie gesagt, da habe ich Hoffnung, dass das was ist, wo ich scharf drauf war. Jetzt habe ich hier ein Lose Powder. Oder also von CC ein loses Puder. Feather Weight Lasting. Da haben wir auch häufiger Sachen drin. Also, dass wir noch so eine schöne Palette, ein Puder und Tralala drin haben. Hier, das wird halt einfach so ein loses Puder sein. Nehme ich gerne für mir hier unter den Augen zu setten. Hatte da auch schon ein paar von CC, die ich auch gerne mag. Ich lasse die Finger davon, denn ich habe hier noch ein paar offen. Letztens hatten wir irgendwann, ihr seht schon, hier ist alles auf dem Schminktisch, hatten wir dieses tolle Teilchen, nämlich einmal da drin. Das sieht auch richtig schön aus. Und das ist auch in Benutzung bei mir. Deswegen will ich hier nicht so viele aufmachen. Und ich war ja schon hier fleißig unterwegs. Das nächste, was hier kommt, das ist schon wieder das letzte. Aber ich bin richtig begeistert. Wir haben hier auch gerade echt, finde ich, eine coole Zusammenstellung von der Box. Wir haben endlich mal wieder auch so eine richtig knaller Palette, wie ich finde. Und ich glaube, wir haben hier noch eine kleine Palette. Und vielleicht einige von euch erkennen auch dieses Packaging. Wie gesagt, ich bin mir noch nicht sicher. Ich muss da jetzt reinschauen. Living Color Fully steht drauf und CC. Und sonst ganz viel, was ich wieder nicht lesen kann. Ich meine, das sind aber diese Contouring Paletten. Ich schaue mal rein, ob ich recht behalte. Und das war echt so eine Sache, wo ich dachte, CC, pack doch endlich mal diese Palette da rein, weil ich die echt spannend und schön finde. Ich meine aber, die gibt es in zwei unterschiedlichen Varianten. Deswegen wundert ich mich gerade, dass hier nichts draufsteht, von wegen Nummer eins oder zwei. Aber, oh mein Gott, ist die hübsch. Leute, also die sieht richtig schön aus, oder? Wie so ein Marmorstein irgendwie. Hier ist auch noch Folie drauf, die ich hier einmal abmache, damit ihr das auch besser sehen könnt. Also, die sieht ja mal allein vom Packaging auch wieder richtig klasse aus. Und, oh mein Gott, oh mein Gott, yes. Das hier ist richtig cool. Denn, ja, es ist die Palette, auf die ich gewartet habe. Schaut mal die Einstanzung. Da steht überall so irgendwie CC reingeschrieben. Und wir haben hier Konturtöne und auch einen Highlighterton. Und ich finde wirklich, also allein hier, auch wenn ihr das jetzt so seht, die Fändchen, das sind richtig tolle Konturfarben. Also, ich muss natürlich jetzt einmal swatchen, um zu schauen, wie die sind. Aber, die hat mir allein von den Bildern her schon richtig toll gefallen, wo ich dachte, oh, das hier kann ich mir gut als Bronzer, Kontur und so vorstellen. Ich gehe hier einmal rein, damit ihr das seht, wie stark ich auch hier reingehe. Und hier sieht man das so ein bisschen an den Fingern. Auf den kleinen Finger mache ich einmal noch den Highlighter, der sehr silbrig daherkommt. Und ich habe ja hier so schön geprimed, deswegen gehe ich natürlich auch hier. Oh mein Gott, einmal auf den Primer, wie dieses Oh mein Gott einfach automatisch aus mir rauskommt. Aber schaut euch mal den Highlighter an. Wie schön der am Schimmern ist. Das sieht richtig, richtig toll aus. Ist tatsächlich so ein bisschen Gold auch mit dabei. Und jetzt bin ich gespannt. Oh, die gehen butterweich runter, Leute. Ganz, ganz toll. Das hier wäre so für mich eher so ein Bronzer-Ton. Und das, oh mein Gott, ja, ist ein richtig toller Kontur-Ton, wie ich finde. Der ist so ein bisschen aschiger und kühler vom Farbton her. Und der andere ist so ein bisschen wärmer. Wie gesagt, lassen Sie sich toll swatchen. Der hier gefällt mir richtig gut. Das ist so richtig so ein bisschen samtig, seidig auch. Und kann ich mir sehr gut vorstellen, Leute, ihr merkt es, glaube ich schon, dass ich einfach gerade mega, mega happy bin mit dieser Box. Finde ich mega gelungen. Ich freue mich riesig, dass wir hier auch wirklich ein Produkt haben, wo ich die ganze Zeit so ein bisschen hingefiebert habe. Dazu noch diese grandiose Palette, auf die ich mich natürlich auch mega freue. Ein schönes Setting-Powder hier mit dabei. Diesen Eyeliner in Braun. Richtig cool. Und einen tollen Primer. Finde ich eine sehr, sehr gelungene Box. Schreibt mir gerne, was ihr denkt, wie euch die Box gefällt. Und was so euer Highlight gewesen wäre. Also ich finde, CC hat hier gerade echt einen guten Schnitt bei mir gemacht. Ich finde nämlich alles gerade sehr, sehr gelungen. Wie gesagt, hier muss ich noch testen. Da lasse ich ausnahmsweise die Finger davon. Der Rest durch die Bank. Volltreffer bei mir. Bin mega, mega happy damit. Vielleicht habt ihr die Box auch schon bei euch im Abo drin. Das würde mich auch mal interessieren, ob ihr auch so kleine CC-Beauty-Box-Fans seid. Ich habe die ja schon lange im Abo und ich kann sie nicht rausnehmen. Genau wegen solcher Momente und Quassel-Laber-Laber-Leute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß am Entdecken mit mir zusammen. Und wünsche euch von ganzem Herzen einen wunderschönen Tag, Abend, Nacht, Morgen oder Mittag. Und hoffe natürlich wie immer, dass wir uns beim nächsten Video und mal wiedersehen. Bis dahin, ihr Süßen. Macht's gut. Tschüssi.